so weiter geht's holz und holzeisen und stahl schwer beobachten dinger 5 und so weit ist auf fünf ohne story mainz unser volk hat tradition die so verwurzelt sind wie die berge sind ebenso vielseitig wie stabil unsere schwerte sind tödlich einfach eine uralte form und ein anführer der nicht an vorderster front kämpft ist kein anführer man nennt uns kriegsfürsten den titel muss man sich verdienen wir sind der schild unseres volkes ich bin wohl schütteln nicht fallen wasser so was haben wir denn jetzt hier in jeweilig drinnen ja da habe ich zwei luft stufe 2 ja schon längst präzisionsschläge stufe 2 nehme ich mit rein dann drück du als erstes mal eben auf start ich will gleich mal gucken ob ich dann das sehe mit dem titelbild oder nicht machen wir mal ready ne sicher noch nicht nö ich sehe zwar jetzt hier wikinger schiff hier mit so einem komischen rambock aber aber da steht kein 2.3 leider komisch komisch ja das ist ein bisschen komisch naja jetzt war bei mir nicht moment ist nicht so schlimm so ein paar leute ins wasser schubsen hier wieder fünf zu brechliches dinger ne sobald ich jetzt der brechliche wasen wieder fünf ne glaube ich für nöpfe wir würden schiffe brauchen und ich hatte schon viel zu lange nicht gekämpft ja schiffe jung und bist du das bin ich der bären töter sobald ich schon ausschalten ne wie war das hier ne 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 wir da wohin gehören und zwar die schwarzen fels legion hatte unsere stellung nicht gut befestigt und immer schon gucken hier am besten nicht nur die schwachen schwachen schläge nehmen das geben und gegenseitig so hier war ein sie kommt ja ich musste das tor öffnen es war schnell ertrunken sommer hinten jetzt auch die reinkommen auch unterscheiden scheißen oder scheißen gut Wann ich auch schon runter schreißen? Wo gehts einer mit dem Vasen und was? Oh der hab ich gerade geblockt Können wir grad nicht hier oben reinschubsen oder so ne? Ne Außer in die Kettensäge da Außer in die Kreissäge Haben wir grad in die Kreissäge reingeschubsen In die Kreissäge reinschubsen Ja ja Da Ich hab die Gläser umgeschlagen ja Hab ich schon die Gläser umgeschlagen hab ich schon Ja Können wir auch was angucken oder so? Ach ich mach was angucken und wir mal wieder rein Wenn die Schwarzenfelsritter aus Falkenheim vertrieben waren Würden die Wikinger ihre Werften und Sägemühlen wieder in Betrieb nehmen Und dann brauchten sie einen Gegner Unten weiter Ja Ja Aber über andere Seite glaub ich Gibt er von jetzt Ich find das nicht rein Wer ist denn das? Gute Mann was die Falkenheim die Geschneid gebaut haben hier Wo wirst du denn jetzt? Ja wo bist du denn? Wie wirst denn denn jetzt hin gekommen verdammt? Hä? Hast du da, hast du da durch, bist du gelaufen. Runterstoßen immer, ne? Runterstoßen, anlocken, runterstoßen. Warte mal, ob die irgendwelche Fässer bemeinen. Warte mal, mach ich doch heute noch aufs Schiff. Das machst du hinten schon, ich renne jetzt durch die Gegend. Kommt der, Leute. Oh, nein, ich fall runter, ich glaub's nicht. Ich bin tot. Und gefinished. So, wie gesagt, ich bin tot, ich bin runtergefallen. Verbesteg haben sie mir runtergefallen. Ja, egal, ich komm nicht wieder. 8 Sekunden noch. Heil dir erstmal. Nee, ich komm schon wieder. Ich bin schon wieder da. Alles gut. Alles gut. Nur auf der anderen Seite. Mhm. Laufen, 4 drücken. Ah, ok. Jetzt wird es gut. Ah, ok. Oh nein, ich hab ja schon noch ein paar gedruckt. Hör du mir. Alter, ich bin nicht klein, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. diese Maschen runterschmeißen ich kann auch gerade hier unten rum oh oh aber gleich hier und Sasa schmeißen hier achso da bist du, ok ich komme auch zu dir bisschen klein dann geh mal auf das Schiff hier schmeißen wir ein paar runter oah hab ich schon ganz lustig mit runter schmeißen so hier sind die Fesse habe ich gesehen hehehe immer schön den Teammate in die Fresse hauen ist immer gut hehehe so da hinten können wir rüber da hinten müssen wir auch noch irgendwie rein da gibt es auch noch irgendwas zum ah da oben ist ein Ballistik-Kram-Dings hier aus des Milites aber irgendwie sind hier keine Gegner doch da hinten oh runter schmeißen oh tschüss wieso mehr Ballistik-Kram aus des Milites aus des Milites warte 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 mal komm mal da hinten rein von da kommen wir ja ne ne achso hier kann man sich das Ding abholen hier kann man sich die Bombe abholen die Feuerflasche so so ich geh mal hier mein ah hier sind wieder Fässer hier kann man irgendwie weiter aber hier gehen wir noch nicht weiter ne ja hier gehen wir noch nicht weiter erstmal auf die linke Seite noch hier sind bestimmt noch die Fässer noch hier sind auch wieder Fässer ja hier sind auch wieder Fässer ne ne ich bin durch hier gehts aber nicht weiter ok dann müssen wir ebeno weiter ja äh Wasser gucken welche Richtung Wasser gucken Ach da unten Die Wikinger hatten ihre Siedlungen und Werften Über Jahrzehnte errichtet Jahrhunderte Es dauerte kaum mehr als ein Jahr Bis sie alle verfallen waren Hier ist auch noch ne, wo ich jetzt stehe Hütte sie alle! Ich muss zu der Balliste Da sind auch noch welche Ach so unsere, ne? Ups, ich hab die erstmal gepult Balliste, Balliste, Balliste Wir schlagen sie! Die Ritter tat mir beinahe leid Da, die müssen ja so mit dem Hemd abschießen Mit der Ballistik Na dann kein Ritter Machen wir auf andere Balliste Or la 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 Oh, händen wir reden Klar, es sind zwei Die sind markiert, ja. So, haha, gewonnen! Ach ne, doch noch nicht. Oh, wieder ein Endgegner. Das heißt rumrennen und reinstupsen. Oh, oh. So. Wir müssen morgen anleihen, oder gar nicht? Wahrscheinlich nicht. Shit, hab ich runtergekriegt. Oh, guckle. Alter! Ja, ja. Alter! Ja. Die liegt jetzt auf dem Boden. Bist du tot, oder was? So, du bist tot. So, dann hab ich von ihnen besiegt. Okay. Wo ist er denn jetzt? Wo sind die denn? Da hinten. Steht der. Der rennt weg. Wieso rennt der weg? Kein Schubsinn. Kein Schubsinn. Boah! Irgendwas hat doch mega gut. Eine Flut hier, oder was? Ja, gewohnt. Diese Ritter brachten uns gute Beute. Ja. Wo kommen die denn her? Samurai Schäfer. Sie sind im Sommer gestrandet. Äh, voll mit diesem Zeug. Aha. Jetzt gehen wir wohl zu den Samurais, wa? Die Samurai! Sie sind schwach. Wir werden 10 zu 1 in der Überzahl. Und sie hatten ein gutes Jahr. Wir werden eine Flotte brauchen. Oh ja. Sie sind aus dem Wicken geschickt. Er erinnert mich irgendwie an die Serie Vikings. Ich weiß auch nicht warum. Oh, wieder eine Kiste. Prima mit Dings. Das ist ja schön. Level up. Gabel, schnelle Erholung. Oh, ok. Ja, cool. So, mal gucken wo es da hingeht. Aber ein bisschen morgen online. Da sie auf schnelle Beute hofften und vielleicht auf den Glanz des Sieges, wandten sich die Wikinger nun ihren Nachbarn am anderen Ufer des Meeres zu. Das Land der Samurai wurde von einer alten Seefestung beschützt. Die Wikinger hielten diese für spärlich bewahrt. Genau. Machen wir da so. Ja, den Strand hinauf. Ja, cool. Sieht ja ganz cool aus. Ja. Na, geht bestimmt auch nicht ab. Das ist jemand in demnächst. Ja. 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 Ja.